so mein freund herzlich willkommen bei next games we spielen heute simpson tap it out der achterpart von der kampagne oder vom spiel und es geht auch schon los viel spaß also erst mal das einsammeln mit flanders ja sehr schön hier natürlich so erstmal nicht erst mal einsammeln der ist auch fertig hier sehr schön mit aus ist fertig sehr schön okay machen wir mal rubbellose ich hoffe jetzt habe ich diesmal ein bisschen mehr nein diesmal wieder so wenig okay so was war jetzt hier so einkommensteuer so hier das kann ich jetzt nicht da dazu habe ich zu wenig lisa lass lisa ein buch lesen machen war ein buch lesen 45 sekunden sehr schön passt okay so was haben wir noch was kann millhaus machen wo ist ja jeder kann glaube ich gar nichts machen zur schule gehen pyjama party kann er noch nicht weil ich die schule noch nicht habe aber die schule kommt noch ich brauche auf jeden fall mehr geld okay was kann er machen da kann weiter schnaps brennen Okay, Lisa ist fertig. Sehr schön. Du kannst jetzt Saxophon spielen. Okay, sehr schön. Lisa, wo bist du? Ach, du bist da. Okay. Aufgaben für nächste Woche? Nein. Saxophon. Okay, vier Stunden geht es. Äh, kurz gucken. Lass diese Hausaufgaben für nächste Woche. Hab ich? Mach ich? Okay, Aufgaben für nächste Woche. Machen wir. Starten wir. Ich kann es auf jeden Fall machen. So. Wir bauen natürlich noch was. Das Haus. Wo ist das Haus? Nein. Äh. War das hier? Nee, ich glaube, das war nicht hier. Oder war das hier? Nee, es war nicht hier. Das war, glaube ich, da. Ja, war hier. Oh, wird der mal teurer. Okay, das drehen wir. Das machen wir da hin. Das machen wir da hin. Sehr schön. Das reicht. Huma, wo bist du? Ja, gleich. Come on. Fertig. Fertig. Ja, gibt es auf jeden Fall XP. Das ist schon mal sehr gut. Einsammeln. Okay, Huma. Ähm. Kann ich hier kein... Okay, das kann ich anscheinend nicht machen. Warte, da brennt noch was. Warte mal, machen wir mal... Wo ist der? Millhaus. Ähm. Okay, machen wir mal Millhaus. Ähm. Der kann einen Drachen steigen lassen. Sehr schön. So, das habe ich, das habe ich so. Auf jeden Fall jetzt gucken, ein bisschen erweitern. Ich hoffe, das... Nee, so viel... Ja, so viel habe ich gar nicht. Viel zu teuer. Ich muss auf jeden Fall mehr Geld sammeln, damit ich das alles machen kann. Weil so viel habe ich nicht mehr. Nee. Okay, das ist viel zu wenig. Okay, das einsammeln, das einsammeln. Das, das. Oh, okay. Das und das. Das ist nicht gerade viel. So, Apo. Apo kann... Da gibt es 600. 600 ist sehr wenig. Aber er kann trotzdem eine... 24-Stunden-Schicht machen. Okay, wo ist er? Wo ist er? Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut auf jeden Fall. So. Der kann Drachen steigen. Der kann... Was kann er? Warte mal. Tingetan. So, ich muss den noch zweimal fangen. Auf jeden Fall zweimal noch und dann ist es erledigt. So, was habe ich hier? Was habe ich da? Da habe ich gar nichts. Da habe ich auch nichts. Ähm... Okay, so. So, Ned Flanders. Was kann Ned Flanders machen? Vier Stunden. Ähm... Das ist auch nicht viel. Okay, der kann eine Bibelstunde abhalten. Krusty. Was machst du denn? Ähm... Zu einem geheimen Treffen gehen. Ja, das mache ich jetzt auch mal. Sehr schön. So und so. Hä, wo sind denn jetzt alle? Okay, Huma ist da. Nein, was war das jetzt? Ne, dann wollte ich jetzt gerade gar nicht. Ach Mann. Dann wollte ich jetzt gerade gar nicht. Egal. Ich wollte die Heeren. Huma, wo bist du? Okay, du bist da. Ey, ich habe dich doch nur hier drauf gedrückt. Ach so. Ach so, ich bin ja da rangekommen. Okay. Okay, was kann er machen? Ah, Bowling gehen? Ne, so viel habe ich nicht. Bowlingbahn habe ich noch nicht. Er kann aber... Okay, er kann auf jeden Fall da hingehen. Einkommenssteuer ist schon mal gesammelt. Sehr schön. Äh, okay. Okay, das wird auf jeden Fall immer besser. 75. DAF-Stadion. Äh, okay. 83. Wie teuer ist das? 75. Ähm. Begrenzt. Backwater. Backwater. Ne, warte mal. Wie teuer ist das? Erhalt über 700 Gegenstände? Ne. Okay. Okay, was haben wir hier? Ah, da ist die Bowlingbahn. Aber zu teuer. Auf jeden Fall zu teuer. Okay, das ist 190. Auch zu teuer. 150. Auch zu teuer. Warte mal, ab wann kriege ich das? Begrenzt DAF-Stadion. Ja, den Platz habe ich jetzt auch irgendwie nicht. Oder habe ich den Platz? Wenn ich den jetzt hier instelle, würde es reichen? Ich denke mal schon. Gucken. Uff, 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 uff. Ja. Ähm, ja. Okay, sehr gut. Ah, okay. Okay, das habe ich. Okay, sehr schön. Juhu, das DAF-Stadion. Ah, okay. Gau! Okay, das ist vier. Okay, das werde ich schnell beenden. Okay, Huma. So, wohnen, wohnen soll ich denn als Schiedsrichter? Oh, gibt es auch 24 Stunden. Ah, it's better than my normal job. Ja, echt? Okay, sehr schön. Sehr schön. DAF-Stadion, so. Ah, nee. So, auf jeden Fall das. Okay, jetzt habe ich das DAF-Stadion. Das DAF-Stadion habe ich schon. Okay, Netflanders. So, okay. Jetzt kommt auf jeden Fall das noch. Und das noch. Ja, so kann es auf jeden Fall bleiben. Ja, und so bleibt es jetzt auch. Also, erst mal. Alle sind beschäftigt wieder mal. Ja, natürlich. Warte mal, den, äh, vier. Egal, das werde ich auch schnell beenden. Dann ist es erledigt. Oh, okay. Okay, was kann der? Okay, den werde ich jetzt auch eine schöne, ähm, acht Stunden. Okay. Ja, toll. Toll. Ähm. Ähm. Zu strafverhemmungslos schlemmen? Ja, machen wir das. Okay, so, alle beschäftigt? Okay.